Na toll, ja Welt, da draußen seid gegrüßt zur, ja zum, ja nicht meine Kraft, nein ich heute mal eigentlich mal ein anderes Spiel ausprobieren, Friede und Foul nennt sich das, ich erst mal ein bisschen mit euch anzocken und die Musik ist irgendwie doch bis sehr nervig, ich habe jetzt eigentlich ein Intro erwartet, deswegen habe ich jetzt mal ganz entspannt zurückgelegt und gelegt, gelehnt und wollte das Spiel einfach mal starten und ja, so, so, das ist das maximale, was ist das, was ist das, ah so, ah, so, nein, so, okay, so, ja, starten wir mal, neues Spiel, jo, Standard, auf geht's, es fängt gleich direkt mit Spielern, kein Intro, ach schade, also haben wir auch keinen Bezug, warum, weshalb und wieso, wieso gibt's kein Intro, na gut, wir müssen hier durch, das ist irgendwie so ein Jump'n'Randspiel, das ist hier wahrscheinlich, äh, use the arrow key to move, ja, das haben wir ja schon, kann man noch was machen, ja gut, ja, wieder hochklettern, toll, ach, dann geht's noch weiter, oder, Jump'n'Randspiel, kann man ganz schön, viele Höhlen überschreiten, äh, wir wenden mal nicht, hui, pop, okay, und dann haben wir hier so, Fall abbremsen, ah, diese Farbe, die bringt gar nichts, nichts zu bedeuten, ne, und, ah, ja, okay, und dann wirst du wieder abwärts, hopp, mhm, aber hier, zurück, ah, man kann sich noch abstoßen an die Wände, okay, ja, runter, runter, ah, runter, ah, hm, was können wir da machen, da können wir nichts machen mit, ich steuere es nicht, spiele es einfach nur mit Tastatur, Steuerkreuze und so, also, wahrscheinlich wird ein Game Controller besser geeignet dafür, okay, da sind wir tot, ah, das, wir sind, also, wenn wir den anzünden, ist es wieder ein Swampunkt, aber man hat keine Möglichkeit zu speichern, wahrscheinlich, haben wir den nächsten speicherpunkt diesmal nicht mit mir weil es hat eigentlich auch eine geschichte aber das wird eigentlich habe ich erst erwartet das im trennenbruch erzählt mit dem hat man eigentlich das wird nicht nein haben wir nicht alles mitgenommen aber ok scheinbar eine prinzessin sollen wir wohl befreien hate my mom die inhalte da haben wir doch schafft es wunderbar jetzt machen wir da rüber hopp das auch noch mit hopp und wieder am punkt erreicht ok 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 das ist irgendwie nur so ein jump-watching da brauchen wir nicht lange spielen wir kriegen ja eine kleine story hier geliefert und so warum wir das hier alles tun das können wir richtig verstanden haben befreiung einer prozessin oder freundin schwester keine ahnung wie gesagt das intro ich habe für das als team gibt es ein video dazu das erzählt glaube ich ein bisschen was da los ist aber das habe ich jetzt hier und jetzt nicht bekommen ich komme nicht hin da muss ich es auch immer okay so das da habt ihr wieder hoch in einen noch ich wollte das da oben haben machen man ok boh ab oh da muss man natürlich mitnehmen und da muss man hier lang oh 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 hier lang ist auch noch ein paar schrauben einzusammeln und dann gehen wir hier rüber hopp hopp oh dann müssen wir abbremsen ich weiß nicht ob wir alle Hühlen überwinden können ok ok ja wie hört man sowas schade ich habe kein intro ja gut Level 2 dann können wir jetzt rumfladern hier blub blub Dankeschön eingesammelt Prozess wer pretty dresses aha auch ja hier ist das ein nech so na gut dann kommt ab Ah, das habe ich bestimmt gebaut. Ah, nice. Hattab. Quatsch. also das spiel recht simpel jetzt so ein platsch ich habe gesagt so ein Buchhörner ich komme gar nicht an den ich komme gar nicht an den ran ich komme nicht mehr rauf okay das war es die Chance hatte ich gehabt na komm so, trifft mir recht oh so, wollen wir gleich den hier nach, oder? na komm na gut, soll nicht sein platsch platsch die haben platsch alle gehen wir am Arsch platsch platsch ich komme runter hier freier Fall oh ja ich komme wieder rauf ich komme wieder gar nicht rauf na gut, können wir die noch einsammeln ah, die sind da oben die ganze Zeit geht es runter jetzt geht es da oben warten wir uns da oben dann noch mehr platsch da warten uns unten mehr Dinge jetzt fliegen wir an die vorbei da also die ganze Zeit geht es da runter oh hoa 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 da ist schon auf pop okay, hier geht es weiter hey Mai wanted me to marry prince charming face wir los hoa 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 hopp setch schön da durch und dann hier rüber und dann hier rüber ja, ok, wir dann auch noch na, lass mal die nicht oh, hier auch noch mal oi nehm äh ok i wonder how much you can do i wonder how much you can do ah ok ja, das war es hatte ich auch schon ähm wollte euch nur ein bisschen das spiel zeigen ich habe jetzt nur eine kleine story erwartet äh schade hm kann ich wieder sehen oh, warte post das war im dem 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 Vielen Dank.